Ich habe es jetzt extra laut gemacht. Wo denn? Wo ist der Sprengstoff? Vier Leute sind noch da. Da schleiche ich mal von hinten an. Jawohl. Zuerst, Armin. Wirst du das, Batman? Wir werden dich gleich machen. Lass ihn, wir müssen uns um uns selbst kümmern. Drei, zwei, eins. Brenne, Batman! Wie könnte er noch einen ausschalten? Ist sonst wie Idioten ab. Hehehehe. Hehehehehe. Nur noch der eine da. Kommt jetzt auch. Ich denke auch. Der war doch eh. Nein. Was machst du von hier? Scheiße. Ich hab keine Angst, du Freak! Das Schiff ist abgeriegelt. Ich muss die Sicherheitskonsole finden. Sie ist wahrscheinlich da oben. Sie ist wahrscheinlich da oben. Da, oder? Was ist denn die Sicherheitskonsole? 47 Meter. Unter mir. Nein. Was machst du denn? Ah. Hä? Wo wird er mich hinschicken? Ich hab keine Ahnung. Soll ich jetzt doch da rein? Was dachtest du das abschalten? Hä? Du wirst dich doch vollarschen. Ich glaub, man wird das hier machen sollen. Dann werden die Finnet. So eine Verarschung. Drei. Die ist bestimmt hier. Warte mal. Hier das. Warte. Äh. Warum zeigt mir das nicht an? Weißt du? Wie ich so einen Kopf. Drei. Okay, Nick. Zeit, hineinzugehen. Ich wär schon längst fertig gewesen. Die eingefroren sind, ne? Endlich sind wir drin. Warnung. Kryogenerator instabil. Warnung. Kryogenerator instabil. Warnung. Leite den Hilfsstrom um. Fehler. Systemausfall. Kryogenerator instabil. Ist jetzt eisig. Nein. Oh. 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 Nora. Mr. Fuchs. Die wollten meine Hilfe. Um dich zu bekämpfen. Ich lehnte ab. Sie nahmen sie mit. Sie haben Nora. Nur wegen dir. Sie wird ohne mich sterben. Sie werden sie mir zurückgeben. im Tausch gegen Batman. Warnung. Kryogenerator instabil. Wenn du ihnen glaubst, Victor. Dann schieß. Warnung. Kryogenerator instabil. Finde sie Batman. Bitte. Wehr dich. Bring das Schiff unter Kontrolle. Achso. Ich dachte, der wäre böse. Ich kenn den nicht. Der gab es aber bei Arkham City zu spielen. Ach du Scheiße. Haben wir viel erreicht. Warum hakelt denn das jetzt hier in Zeit? Alter. Was geht ab? Ich habe einen Peilsender, der mich zu Nora führen kann. Er überträgt einen Standort. Vorsichtig, Sir. Die Miliz ist bestätig. Achso, ist schon. Nimmt darauf bedacht, sie weiterhin als Geisel zu halten. Waschi Vail Show. Ne, Vicky Vail Show. Wahrscheinlich. Ist doch noch so eine Drohne, Alter. Man muss die Scheiße sehen, ne. Was machen wir, wenn Scarecrow uns nicht bezahlt? Ein Bagatellverfahren einleiten. Ich dachte, der wäre böse. Da hatte ich mich getäuscht. Oh, das kommt. Da ist Scarecrow eben erledigt. Wir haben doch eh keine Befehle von dem Freakert gegengenommen. Siehundert Meter. Jep. Batman hat den Knight erwischt. Auf frischer Tat. Und hat ihn einfach gehen lassen. Wenn du mich fragst, ist er mehr als der Knight je erzählt hat. Ich hatte aber keine Ahnung, warum der gerade gehackelt hat. Halt doch die Schnauze, ey. Du bist doch eine lässige Sau. Du bist dumm. Was du ganze Zeit abfuckst. Da sind welche. Wir können unsere Männer auf dem Boot nicht zurücklassen. Wir haben unsere Befehle, die Frau hat Priorität. Glaubst du, der Eismann wird mitspielen? Wenn er sie Leben wieder haben will, schon. Das sind jetzt hier Angriff. Ja! Du kannst mir nicht wehtun! Die Wahl frei, wir sind in der Übertrag. Du tut mir nicht weh. Geht der mal down? Ah. Da drin ist sie. Das ist eine Falle. Wo ist sie? Ah, lass mich los! Oh! Ah, sie ist auf einem Haus nach in Otisburg. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre... Kopfnuss. Victor, sie haben den Peilsender, aber ich weiß, wo sie ist. Nein, nein! Das dauert viel zu lang! Ganz ruhig. Ich finde sie. Kümmere du dich um die Geräte. Victor! Ja. Jede Sekunde macht es schlimmer. Beeil dich! Okay, ist markiert. Ich hoffe, wir kriegen den Fleece von dem. Wahrscheinlich als Geschenk. Ah, wer ist denn der Endboss, also den man besiegen muss? Sehr komisch. Ich schwöre, ich habe ihn gesehen, wie er aus der Maul rannte. Aber er war nicht mehr Herr Neid, sondern ein Verlag. So. Ich lehre mich Ihrem Standort. Ist der Kryo-Generator stabilisiert? Ich denke schon. Siehst du sie? Victor, ist er stabil? Ja. Ja, natürlich. Melde dich, sobald du sie gefunden hast. Oh, da sind Scharfschützen. Es ist noch nicht zu spät, ein zu treten. Der Pinguin surft immer nach neuen Rekordern. Die Bezahlung soll auch nicht schlecht sein. Was für ein schickes Schießeisen, woher haben die das Geld für sowas? Erstmal die Scharfschützen. Da ist Noras Kältekammer. Kümmern wir uns um die Miliz. Wenn das hier vorbei ist, gehe ich in Rente. Das ist Batman! Scheiße. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Scheiße. Wann werden wir endlich evakuiert? Ich will von diesem verdammten Dach runter! Keiner weiß, dass wir hier sind. Dafür hat die Ablenkung gesorgt. Ich hoffe, du hast recht. Wann? Weißt du, wie lange sie schon da drin ist? Einer der Jungs schätzt etwa zehn Jahre. Mann, stell dir vor, nach so langer Zeit aufzuwachen. Das muss einen fertig machen. So, schlaf gut. Wo ich wohl wäre, wenn mich der Atem... Oh, shit. Bei der Kältekammer! Grenate! Grenate! Es ist Brauchreich! Wenn der Joker das Angst hatte, dann habt ihr auch Angst. Was ist mit dir passiert? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Jetzt muss ich die ausschalten. Du musst aufhachen. Klar, kann man perfekt aufschmeißen. Sienna. was machst du das war so dämlich kann er die perfekte draufwerfen das ist doch schwachsinnig ich Sie sind auf der Endkarte gesichtet. Du entlangst sie nicht! Verlade! Wo war ich denn das? Waren das alle? Ja, ja, ja! Beruhig dich, Junge! Alles ist gut! Wir sind doch hier! Ja! Oh, Batman! Nein! Halten Sie still! Für was eine weitere Ewigkeit? Sie wissen, wie lange es her ist. Zu lang? Es war wie ein Traum. Aber ich konnte Victor mit mir sprechen hören. Dann wissen Sie, was aus ihm wurde. Batman, wo ist sie? Hast du sie gefunden? Sie ist hier, Victor. Und sie ist wach. Nein! Du musst sie zurückbringen! Ich will mit ihm reden. Victor? Laura? Hab keine Angst. Ich rette dich. Oh, Victor! Wenn du zurück bist, friere ich dich wieder ein. Bitte. Lass das. Systemfehler. Modifikation aufgedeckt. Ich rette dich, Nora. Es ist fast geschafft. Die nächsten Paar-Therapie. Verstehst du nicht? Ich will keine Rettung. Nicht mehr. Victor! Der Generator! Aber... Du stirbst, Nora. Victor? 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 Oh Gott, nein! Gewaltige Explosion in der Bucht. Der Eisfreak hat was vor. Schick die Drohnen. Wir müssen los. Jetzt. Wir müssen los. Bitte. Beeil dich. Das wäre nicht. Okay. Ach, der alte... Becken wie. Becker, hörst du mich zu? Batman. Brüo-Generator. Ich glaube, ich war hier mal. Die Miliz wird vor. Du musst da weg. Nein, ich lasse dich nicht dem Stich. Ach so, das ist Zeit. Oh-oh. 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 Sir, Friese-Chimp steht unter schweren Beschuss. Verstärkung ist im Anmarsch. Ähm. Jo. Warum nicht, ne? Schau, was macht der? Was geht denn? Die Scheiße. Hey? Auf was ist denn der Turbo eingelegt? Ach so. Wow. Wohin? Da? Da, 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 da. Da. Was ist denn hier passiert? Wo sieht denn alles so anders aus? Ach du Scheiße. Hatte sie auf. Ich muss meine Ausrüstung reparieren. Nur so kann ich sie retten. Na ja, das ist ja noch okay hier, das. Ah, daneben. Nicht ziehen. Ich habe eine Rettler verloren. Der lässt uns schwer zu. Was ist das denn? Für der Friese da. Warte, wahrscheinlich stimmend. Ist noch einer. Yeah. Ja. Wo ist er? Oh-oh. Ich glaube, ich muss da wohin, ne? Wohin denn? Wohin muss ich? Verdammt! Hey? Wohin muss ich denn? Was? Ich glaube, keine Anzeige mehr, wie viele noch kommen. Deswegen. Boah, Alter, wie viele sind denn das? Aufbauen. Ich bin tot. Ich bin tot. Du darfst nicht sterben, Bora. Dann lass mich leben. Viel Zeit haben wir nicht. Tage. Die hatten wir noch nie, Victor. Da fließt er mir das Bildschirm ein. Was denn jetzt? Wir werden sie nicht wiedersehen. Ja, aber, 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 wo ist denn unsere Belohnung? Ja. Ja. Steht es hier alles eigentlich noch drin? Ah, guck mal. Ne, es ist WikiWay. Das ist Gerku. Das sind die Eltern. Dark Knight und... White Hood. Aber was ist denn hier? Ach, im Schaukasten ist nicht zu sehen. Hey, aber echt komisch, ne? Hm? Dann machst du das noch? Das ist krass, Al Ghul. Die genauen Worte des Officers waren... ...durchgeknallte Ninjas. Danke Alfred, ich überprüfe das. Wohin? Ja, warum... ...freeze das denn manchmal? Mr. Freeze hat mir da den Bildschirm... Au. Beide tot. Nur wenige können zwei Liga-Killer ausschalten. Ich muss den Tatort untersuchen. Alter, was ist das denn? Die Wunden stammen von Heben mit einer langen, scharfen Klinge. Wie ihrem eigenen Schwert. Da? Das gleiche Wundmuster, andere Uniform. Sie haben gegeneinander gekämpft. Ein drittes Schwert, von sich geworfen. Die Blutgruppe passt zu keiner der Leichen. Jemand ist entkommen. Wer auch immer entkommen ist, ist schwer verletzt. Ich sollte die anderen Dächer absuchen, ihre Spur aufnehmen. Detektiv-Modus. So wie ich sehen konnte, haben sie im Übel zugesetzt. Es ist keine gute Nacht, um Feuerwehrmann zu sein. Es ist für gar nichts eine gute...